Ultrain, feindliche Drohne aktiv. Upsa, feindliche Drohne. Sehe den Exfiltrationsvogel. Sie sind feindliche Spezialkräfte. Ich hab keinen zweiten... näher gesehen. Er ist auf jeden Fall das Landungsboot, also der... Bestätige. Kannst du ja machen, wenn du sowieso da unten bist. Ich halt ein bisschen mit dem Sniper da Haube drauf. Da hinten vorne einer. Da kommt feindliche Verstärkung. Stopp. 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 Ich will... Wozu Klauele. Der Auslösung und Auslösung führt seinem Kopfgeld. Angriff nach eigenem Ermerken. Noch nicht, den habe ich da oben angeschossen, den Sheetbreaker geschossen. Ich bin mal in der Küche dabei. Ich habe noch einen Wachstuhl. Der Auslösung ist in der Nähe an uns der Landeshore. Halten Sie sich für uns sicher. N8, dann halt los. Ich bin getroffen! Die Opposition an Extraktion, feindlich erpresslich Auslösung, Schlag in Deckung! Ich bin getroffen. Ist er so drin? Der Wind trägt Strahlung durch das Gebiet. Die Empfehlung lautet, schnellstmöglich zu evakuieren. Ich hab dich. Durchhalte. Wir haben hier ein Kommando. Die Objekte und Personal gesichert. Ich helfe dir wieder hoch. Rennen wir dir mal den Arsch. Danke. Exfiltrationsvogel markiert. Na gut, ja. bis zum nächsten Mal. Guck mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.